recht herzlich willkommen zur 89 folge von towns ja 41 war letztes mal 40 haben wir jetzt wieder ein bisschen gefallen äpfel werden noch abgeerntet und wir gucken wie es weitergeht dach war hier zu ok da konnte man hochgehen das lassen wir erstmal alles so ich weiß gar nicht was wir hier noch für einen raum machen wollten die küche mal ausbauen oder so könnte sein haben wir alles drin in der küche 3 läuft hier ist noch viel sand noch 40 jetzt unten aus scheine sind noch da da oben hat man glaube zuletzt durchgegraben kann man gerade hier noch verlängern machen wir mal so naja jetzt habe ich schon weggeklickt aber ich möchte dann doch gerne diese strecke haben wenn wir schon dabei sind dann würde ich sagen krabbeln wir hier auch gerade durch gut eisen ist da da kommt einer der Bergmann der Bärmann oder Bergmann werden wir nicht so schnell folgen äpfel haben wir hier genug essen müsste also top sein kann man gerade noch mal reingucken wegen dem mal reingucken denn hier nicht um das auch kein brot und so aus dem brot da ein zuehn 1 81 hier ist alle aber getreide wird gerade gemahlen glaube und dann werden auch rot angefertigt oder ja da liegt schon 1 Mehl wird werden wird werden der Hahn kräht grün ist voll rot weiß nicht was hier noch ist wahrscheinlich auch rot da ist gemischt da ist grün weiß nicht was da ist da gehen so lebensmittelmäßig was hin passiert aber auch nicht ja ich bin jetzt 36 hier oben ist alles fertig können dann mal die zimmer noch ein bisschen ausstaffieren hier fehlen noch zwei blumen die sollte man vielleicht mal an auftrag geben da stehen sie überall oder die reihe hat auch schon welche da sind sie auch dann gehen wir mal eine etage höher da eine was ist schief gelaufen mit loma pflanzen nach so ich habe jetzt wieder nicht gedrückt und ich dachte wo die bitten stehen schon alles fertig aber ist es auch nicht gut ja das blau funktioniert also noch kerzen sind passend überall da oben auch können wir noch eine kiste über hinstellen die würden in die ecke kommen ist das so richtig über alle kisten dann muss ich die öfterste zweimal drucken und so andersherum kommen und über alle kiste da haben wir dann bräuchten wir noch ein bett furniture da oben der zeichnacht da das bedeutet es wäre in dieser reihe das ist das zweite feld da sind sie das heißt wieder f-taste zweimal drücken und da die betten hinsetzen ich weiß jetzt gar nicht ob das das richtige ist aber es sieht so aus so wetten stehen alle was fehlt noch ein schrank plopp ja ein cupboard ist hier unten eigentlich alles fertig sieht so aus ne ach hier fehlen noch ein paar kisten ja gucken wir aber oben erstmal weiter dass wir den schrank hinstellen äh der schrank ist daneben im bett gleich äh da fehlt noch einer der schrank ist natürlich in die falsche stelle gelandet den müssen wir gleich weg löschen andere seite passt passt und das muss weg. Haben wir dann auch erledigt. Ich glaube dann ist das hier gut. So und hier fehlten die Kisten, da war Deko Innenbereich, da ist die Kiste. Warte mal war das nicht auch so, dass wir dann eine TikTok-Ruhr eigentlich irgendwo hatten? Oder doch? Das war im letzten Spiel, wo wir in jedem Raum auch eine Uhr gestellt haben. Okay, das soll erstmal laufen. Oh, Happiness ist schon 42, das ist doch schön. Gut. Ja. Hier stehen schon ein paar Blumen mehr. Jetzt bringt diese Person da was hin oder schläft die irgendwo? Ne, die hat noch eine Blume gebracht. Gut, da kommt auch einer. Läuft. Ja. Äpfel haben wir hier noch. Liegen noch ein paar rum. Fangen wir gerade noch mal rein. Ein Brot ist jetzt nur noch da. Äpfel sind 28, Birnen 38. Ist jetzt nicht so ideal, aber wird schon werden. Das Getreide wird gerade abgeerntet. Happiness bleibt bei 42 zur Zeit stehen. Was haben wir denn noch eine Kiste in der Hand? Würde überall aber passend sein. Guck, ich baue noch da eine Bart hin. So. Hier liegt das Zeug schon auch daneben. Wie sieht es denn hier drin aus? Eisen und Flint. Ja. Gut. Soweit. Haben wir es, ne? Blumen kommen. Ich weiß gar nicht, ob die Kerzen... Ne, die standen schon alle da, oder? Ne, so ein paar hatten wir hier, glaube ich auch noch nicht. Kerzen sind wahrscheinlich jetzt schon überall da. Alles gut. Happiness 43 wird auch besser. Gucken wir mal gerade hier rein. Denen fehlt hier noch ein bisschen Grünzeug, wa? Da können wir vielleicht noch gerade Grünzeug hinsetzen. Da. So. Ist überall, ne? Jetzt weiß ich noch nicht, ob die Kiste auch überall ist, ne? Da steht schon einer. Okay, dann ist die doch schon überall. Und hier? Na, hier fehlt sie. Die anderen sind da. Und Schrank fehlt hier auch noch. Covered. So, wird mehr dann. 44 Happiness. Entschuldigung. Frosch im Hals. Gut. So weit, so gut. Hier fehlt sich noch vier dazu, dann wäre es doch schon. Das sind alles Deko-Sachen, die wir gerade hier aufstellen. Na, die wollen Deko wahrscheinlich haben, ne? Dann kann man das hier hinmachen. Äh. Ich mach das mal da ein. Gucken, ob das was wird. Okay, da ist ein Bett zugekommen. Da auch. Da werden sie alles langsam aber sicher machen, ne? Happiness ist gerade runtergegangen auf 43. Naja. Hier fehlt noch was. Wir könnten mal gerade eine Stufe schneller machen, ne? Das hätten wir schon die ganze Zeit machen können, glaub'n. Gut. Hier fehlt auch noch ein zweites Stuhl hier. Der Popo in der Sessel. Rot, Gold, Gold. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir kein Gold. Das könnte natürlich sein. Kohle ist da. Ja. Flint. Till Sand. Macht das einer weg dann? Dann laufen alle vorbei. Keiner für zuständig. Ja. Okay. Spielt aber auch keine Rolle. Der ist da oben schön. Happiness ist bei 43. Ist also nicht am Fallen oder so. Relativ hoch. Nur mal gucken, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was das hier werden soll. Ist aber auch im Auftrag und funktioniert nicht. ITE-Smith. See. Müsste hier sein, ne? Iron und Spider-Red. Ich weiß jetzt mal einfach ausgewählt, ob das das ist, weiß ich nicht, aber es spielt auch gar keine Rolle. Da ist gerade ein Schrank unterwegs. Läuft. Die werden alle bestimmt super happy sein. Oh, 42 fällt aber noch. Aber wird schon werden. Okay, Helden stehen hier oben rum. Die Frage, ob man unten noch was machen könnte. Gucken wir mal gerade nach dem Tunnelbau. Der ist durch. Hier waren sogar ein paar Rollräume, ne? Ja, oder? Ja, sieht so aus. Aber wahrscheinlich kein einziges Monster da drin, ne? Mauen wir den mal weg. Und. Da ist der Fluss. Also nur bis dahin. Aufgabe erfüllt. Ja. Hier ist auch noch genug Platz. Alles gut. So, da kommen sie alle und kloppen Steine. Und dadurch geht die Happiness wahrscheinlich runter. Aber ist egal. Gucken wir mal an. Ja, die laufen da lang, dauert lang, überall lang. Na drinnen wird man bestimmt keine Monster mehr finden, denke ich. Ja. Gut. Aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.